Hallo, mein Name ist Sabrina Schlesinger. Hallo, ich bin der Obersteiner René. Servic Rieser, ich bin Bürgermeister der Marktgemeinde Mühlen. Ich bin bei der SPÖ, weil sie der Jugend eine Chance gibt. Weil einfach die SPÖ die Partei ist, die für die Menschen da ist und Projekte gemeinsam umsetzt. Dringend wäre, dass der ländliche Raum stärker von Bund und Land gefördert wird. Dass für junge Menschen günstige Stadtwohnungen geschaffen werden. Dass wir auch betreutes Wohnen wieder aktivieren. Dass wir energieautark werden. Dass wir wieder Zuzugsgemeinde werden. Dass wir auch den Tourismus fördern, dass wir Gewerbeflächen wieder ansiedeln. Dass wir aber auch unsere lebens- und liebenswerte Gemeinde auch weiterentwickeln. Dass wir auch Ziele haben und diese Ziele verfolgen und die Ziele auch umsetzen. Dass sich die Menschen in unserer Gemeinde wohlfühlen. Unterstützt uns bei der Wahl für unsere lebens- und liebenswerte Gemeinde.